Servus und Hallo Forza Horizon 4 neue Karre, neue Lackierung, erstes Rennen damit. Wenn er denn will. Ja sieht schon geil aus die Karte. Schon wieder nachts? Warum muss ich mal nachts fahren? Warum gibt es nicht so schönes Rennen bei Tagen? Ok, ungewohnt. Das ist keine Rundstrecke, sprich muss man das Teil auch nicht merken. Ok, das war jetzt extrem dumm. Bin ich letzter? Nein, noch nicht. Warum nicht? Ich war extrem blöd gefahren. Ich hab halt immer nur... Ok. Ja, ja, ja. Die ewige Diskussion. Zurückspulen, ist das ok? Ist das Cheaten? Nein, ist es nicht. Es ist eine Spielmechanik. Die Kiste ist spannend in der Handhabung. Ich hab schon ein paar Mal gesagt, glaube ich ich hab halt gern so Autos, die direkt, also hier, die sofort direkt lenken. Und so. Aber dank, dank am Hirnrasten und dank Project Cars 2 weiß man ja warum das ist. Man ist einfach zu schnell und er packt's halt nicht mit Lenken. Das ist halt einfach komplett andere Nummer wie Project Cars. Zum Glück. Zum Glück. Und das macht mir echt wieder Spaß zum Spielen. Wir haben lange Zeit jetzt nicht gespielt. 72% schon neben 9. Das geht gar nicht. Neustart. Ja. Andere Musik. Warum ist ein Laden beim Neustart? Vor allem so lang. Die Beschleunigung... Entschuldigung. Die Stimme mag schon wieder nimmer. Die Beschleunigung ist jetzt aber auch nicht der höllste Karre. War da ein Checkpoint dazwischen? Nein. Gut. Die dekoriert nebenbei die Stadt noch ein bisschen um. Wir haben heute illegale Straßenrennen. Könnte jeder bitte zuhause bleiben. Wie weit vorne ist denn der? Da haben wir ihn gesehen. Bei 230 ist halt bei der Kiste Schluss. Nicht bei 230. Das ist eine lange Geraden. Der Netz hat er hinten. Und wenn die Kurven ist die Lenkung ein bisschen träge. Wird spannend. Wie viel haben wir? 85% der Strecke. Fuck. Das war der Sieg. Das wars. Neustart. Andere Musik. Aber da nicht irgendwie. Könnt ihr mal aggressive Musik laufen bitte? Ja es ist doch schon wieder so fröhliche irgendwas Musik. Ich hätte gern aggressive Musik. Ja da ist man nicht ganz so weit raus geschossen. Trotzdem keine gute Platzierung. Fuck. Muss ich zurückspulen. Ja. Ja. Und denselben Fehler wieder macht. Ja. Gib Stopp mit zurückspulen. Jetzt. Die Rögelst. Kannst du aufhören vor meinem Kühler da irgendwie rum zu hängen. Danke. hier habe ich vorher auch aufgeräumt scheiße allmählich kommen wir wieder ein bisschen rein Die andere kleben wir direkt am Arsch. Das ist die lange gerade, wo er die Kiste nicht so wirklich kann. Mehr geht auch nicht mehr raus. So, die Kurve war doch jetzt schon. Da jetzt nicht wieder irgendwo dagegen knallen. Und tada. Wunderbar. Zwei Sekunden. Ja, ein paar Mal neu gestartet und so. Aber. Ein Fluss gewonnen. Ja, das war's für die Folge. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, das war's für heute.